Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute unterwegs zum Hopfensee. Da das Wetter heute nicht perfekt wird, haben wir uns für diese leichte Variante entschieden. Die Tour hat etwa 16 bis 17 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Wanderung so ist, dann bleibt dran. Musik 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 Noch etwa vier Kilometer, dann sind wir auch schon wieder an unserer Unterkunft. Die Tour hat uns eigentlich gut gefallen. Hatte zwar keine Highlights, aber für dieses Wetter genau das Richtige. Wenn euch diese Wanderung bzw. das Video gefallen hat, würden wir uns über Kommentare sowie über einen Daumen hoch sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich gehen heute bei dem nicht so guten Wetter zum Hopfensee. Diese Wanderung hat etwa 16 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Etappe so ist... Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute unterwegs... Bei dem nicht so guten Wetter... Das ist einfach weg.